Henning Baum war wohl schon immer ein Frauenschwarm. Der erfolgreiche Schauspieler teilte auf Instagram ein Foto aus jungen Jahren. Doch hoch? Das soll der Star aus Der letzte Bulle sein? In der Bildunterschrift zu dem Schwarz-Weiß-Foto schreibt Henning Baum, Das Bild stammt aus der Zeit, als sich mein Studium beendet hatte und gerade vom Theater kam. Von 1994 bis 1997 studierte der 51-Jährige an der Schauspielschule Bochum. Das Foto ist also fast 25 Jahre alt und zu Beginn seiner Fernsehkarriere sah Henning Baum noch etwas anders aus. Seine damals kurzen, blonden Haare hat Henning Baum nach oben gestylt, ohne Bart und mit coolem Blick schaut der Hottie an der Kamera vorbei. Als süßer Sonny Boy in Jeans, Jacke und T-Shirt posierte er für den Schnappschuss. Auch wenn man bei Henning Baums Throwback-Pick zweimal hinschauen muss, um den Schauspieler zu erkennen, ist es damals wie heute ein echter Augenschmaus. Das finden wohl auch seine Follower, denn unter dem Post wimmelt es nur so von Komplimenten.